und damit wünsche ich euch einen wunderschönen guten tag zu einer neuen runde hungry shark wird so ich hab dann nach einer kurzen und einer aufregenden lang session eine kleine pause eingelegt die neue session wird jetzt angefangen deswegen weiß ich jetzt auch nicht was ich in der letzten folge gesagt habe was wir in der nächsten tun werden das heißt also ich werde mir jetzt etwas ausdenken was wir jetzt machen könnten wir könnten die klassen weitermachen oder eben halt 9 kaufen und ausprobieren und ich würde mal sagen wir werden mal den großen hammer heraus probieren die grüne pistole noch ausrüsten den überlebens überlebens bonus ich werde ihn hier alle und hoch gibt es nicht schnäuzei schade so und dann haben wir doch gesagt dass und dann ach das wollten wir machen die ar-tik ar-stik hä einfach die arktische zone oder der antarktische ozean ja so jetzt haben wir es verdiene 27.000 punkte verdiene 1800 gold wurde zwar ja so nebenbei kurze eigentlich was im fernsehen das kann sein dass ihr es vielleicht im hintergrund hört wie gesagt mein mikro ist wirklich irgendwie cool weil eben man hört sogar die uhr tick tak tick tak weil ich hab mir mein guck mir ja jedes mal die aufnahme an ob alles ok ist ne und dann und dann äh oder dann höre ich höre ich auf einmal ganz am anfang so ja tick tak tak ja 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 Eww Au 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 Ich werde mir auch gleich wieder mit dem Tiger herum Schwimmen Go So 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 So... Bähm. 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 Es gibt noch ne Klasse drauf. Ich dachte, die können jetzt alles. Bähm. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020